Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Wir Freien Wähler setzen uns im Landtag dafür ein, dass Bayerns Bürger stets die bestmögliche medizinische Versorgung bekommen. Wie also können wir das Scheitern der Bundesregierung auch in der Gesundheitspolitik verhindern? Das war das Thema unserer ersten Aktuellen Stunde der neuen Legislaturperiode am Dienstag im Plenum. Wir wollen keine Zweiglassenmedizin und Gesundheit darf kein Privileg der Ballungsräume oder eine Frage des Einkommens sein. Für unsere gesundheitspolitische Sprecherin Susanne Enders ist deshalb klar, wenn Karl Lauterbach so weitermacht, wird vielen Krankenhäusern auch im Freistaat in den kommenden Jahren finanziell die Luft ausgehen. Dagegen stemmen wir Freien Wähler uns mit einer Investitionskostenfinanzierung auf Spitzenniveau. Als Bayern-Kondition wollen wir für die Kliniken in Not außerdem eine Krankenhausmilliarde bereitstellen. Wir werden investorengetragene medizinische Versorgungszentren regulieren, indem wir Kennzeichnungspflicht und ein Register einführen. Patientenwohl for Profit. Die Produktion wichtiger Arzneimittel wollen wir zurück nach Europa holen. Auch die Apotheken werden wir unterstützen, insbesondere in ländlichen Räumen. Wir setzen uns für mehr Pharmaziestudienplätze und die Ausbildung in apothekenspezifischen Berufen ein. Unser neuer Pflegebeauftragter der Staatsregierung Thomas Zöller wird die Pflege in Bayern weiter stärken durch flexiblere Arbeitszeitmodelle, eine starke Interessesvertretung, Begrenzung der Leiharbeit und mehr Unterstützung für pflegende Angehörige. Doch nicht alles liegt in unserer Hand. So muss die Bundesregierung die Gebührenordnung für Haus- und Fachärzte anpassen und ihre medizinischen Leistungen besser honorieren. Denn auch in den Praxen wachsen die Preise für Energie, Personal und Betriebskosten über den Kopf. In den nächsten Jahren liegt also wieder viel Arbeit vor uns. Jetzt aber verabschieden wir uns erst einmal in die parlamentarische Weihnachtspause. Euch wünsche ich eine schöne Adventszeit, frohe Festtage und einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr. Wir sehen uns wieder zur Winterklausur der Freien Wähler Landtagsfraktion am 10. Januar 2024 in Lindau. Bitte bleibt gesund und Gott schütze Euch.